Du weißt was ne, bei den Bänken in der Mitte war so eine Lücke und ich hab mich dort reingesetzt in die Lücke Hey, ich hab mich getötet, ich hab mich getötet, ein Block Hey, ich hab mich getötet, ich hab mich getötet, ein Block Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Blubbing Game House, Harry Äh, ja, ich bin heute was neu jetzt WTF, um was geht's denn? Hier laufen Blöcke herum Hier laufen Blöcke herum You are the Block Ich bin ein Redstone Lampenblock Oh, man muss sich tarnen als Redstone Lampe Zum Beispiel Das ist ein neuer Modus Auf HF Ich hab ihn nicht So, so geht das Ich bin gerade ein Redstone Lampe Ich bin gerade ein Schneeblock Und ich glaub, ihr müsst uns suchen Ja Ich bin eine Scheiße Ich bin gerade getarnt Ich brenne Entbrennender Ja Tja, ich bin jetzt auch, ich findet niemand Ja, ich seh dich Wo siehst du mich? Läufst du gerade schon im Raum herum? Ja Du kommst doch nicht zu Du kommst doch nicht zu Du kommst doch nicht zu Alter, und es besteht mir Er sieht mich nicht Er sieht mich nicht Er sieht mich nicht Er sieht mich nicht Jetzt werde ich scheiße Er ist so fehl Er steht vor mir Guckt mich an und sieht mich nicht Sie sehen mich alle nicht You are not a seeker Fuck, fuck, scheiße Ich bin gestorben Die haben mich alle nicht gesehen Die haben mich alle nicht gesehen Die haben mich gegen den Raum geschlagen Please wait, wann komm ich raus? Nö, ich komm auch noch nicht raus Okay, jetzt bin ich draußen Du ist das geil Die haben mich alle nicht gesehen Hast du mich gesehen? Nein Ich war in dem Ich in der Mitte von den Bänken war eigentlich eine Lücke Aber ich hab mich da reingesetzt Das ist echt was geiles Das ist echt was geiles Der hat sich bewegt Ich hab einen Block getötet Das ist geil Das ist geil Das ist geil Das ist echt ein geiles Das ist echt ein geiles Das ist echt ein geiles Ich freu mich schon auf Feldball Ich bin grad niemand anders Da ist darin ein Block Das ist irgendwie geil Darin ein Block Darin ein Block Schneeblock Der darin ein Schneeblock Ja, ich glaub noch ein Name ja Ends Zaukern sich haben umgelegt Hinter dir Was? Hinter den einen Typen mit unseren Kollegen Ich hab's interniert Das war's hat oder das war ein bisschen was wir haben auch wenn sie gut verstecken ihren Vorteil weil die der Kampagne und nehmen und er hat die Mauer am Mann da und das war gelöscht das war so witzig das ist echt so witzig der Spielmodus er hat auf der Auffahrt hat dann ist er noch aufgehst und selbst ich bin es auch das erste Mal einfach so ja wir haben das erst ausprobiert und deshalb bleibt es noch kaum YouTuber gemacht haben und übrigens bei den Apt von Kippen los Aja genau das demnächst vielleicht sogar noch heute wir verloren ob die Verhältnisse und auch wenn man kann sich aber sprechen also ich finde ich habe einen Block getötet ich auch Alter ich finde es so geil dass mich keiner gesehen hat dann haben sie mich eigentlich gesehen ich war das war es einfach nicht ja ich habe mich genau dorthin weil es in der Papier und das ist schon ein YouTuber na ja auf jeden Fall ich war nicht bei der Bank weil damit eigentlich ein Schlitz die die zwei Bank getrennt ich habe mich so reingesetzt dass die zwei Banken zu einer Bank gewünscht ich bin da ist einer da ist ein Blumme da ist ein Blumme ein gelacht ecker 1 2 irgendwas ich bin dann hübsch nicht das ein Rätsel was erstmals zu machen wird und die dritte auch ich habe ich glaube ich weiß dass er so ist ich suche nach der ersten und nicht ob ich bin richtig ich habe eine neue neue Maus und neuen Püttchen also das ist das Spiel macht sowas von ersten Spaß ja wer wird doch nicht mit dem Kohlblöcke es gibt ich habe den letzten Lampere irgendwie gut recht für es gab kommen hier gibt es so viele Kohlblöcke wer es sich ja mit Schnee haben ein Glück mehr Schnee er wird das was mit der Wunder ja ich glaube ich bin dran oder gehen wir aus Naja Koffer war also dann Tschüss.